Kommst du überhaupt drauf? Kommt bei dir nicht Missing mehr? Vielleicht? Ja, ich komm drauf. Danke für den Anschub. Okay. Okay. Okay, da fehlt aber noch mal jemand. Ich. Ich bin drauf. Okay. Hast du die, Jonas? Ich glaube. Die hast du, glaube ich, gar nicht. Weg! Ja, lädt noch. Keine Ahnung. Wart mal, wer ist denn das? Isi, hallo. Du hast doch drauf geworfen. Hallo, Isi. Isi. Ja, ich weiß. Ich hab nur... Ich hab nur ne Disco geworfen. Warte, da hinten hat jemand Feuer geworfen. Da hinten hat jemand Feuer geworfen. Ich geh auch nicht vor. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ähm, wo hast du mich abgelehnt? Ne, 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 ne. Warte, wer war hier? Geh mal, guck mal, geh mal du von der anderen Seite. Da, hier bin ich. Hier war jemand. Ich bin Isi. Ich bin Isi. Sie verletzt, warum bist du verletzt? Ja, ähm, wegen... Ja, weil du angeschossen wurdest und jemanden getötet, ne? Ne, ne. Ja, aber richtig. Mann, auch. Was ist das? Inwie hat ich den Verdacht, dass ich sie jetzt wollte, bin ich mit einer Feuerkraft in gelaufen. Wollte einfach ablaufen, dass sie mich so annehmen lässt. Ich bin total auf der Belzeine vorgegangen, dass sie den Verdachtung nicht verletzt hat. Wer hat ja den Verdachtung nicht verletzt, dass sie sich in der letzten Jahre zurückgegangen ist, das hat ja auch den Verdachtem. Ich bin in der letzten Jahre im Versuch. Ich bin a, den Verdachtung nicht verletzt, aber nein, wenn du dich in die Was wirst du so annehmen? Das war eben toll. Wofür? Ja, was ich habe da mal geschrieben. Das habe ich das Gefühl gemacht. Ja. sie gibt es gibt sie ganz neugierig auf der rosa geschossen ja so ich habe mit der mit der schenke folgt als ich bleib jetzt nur die erhebenden und ich will noch nie in der schweißen müssen wir noch nicht in den grünen von der johle an die lade geht ihm immer nur wer will nur das spiel machen werden ich bin es ist ein spiel der der trägt man zielt auf dem kopf der netz wenn man trägt das muss man anderen abschießen wenn man nicht trägt das muss man zu lassen das wird die 50 die chance das war jetzt zu spät ich wusste es wir machen uns heute dieses Schöne er hat sich weiter das ist ein Grund aber so ein weiterer weiter ich habe ihr gesagt wenn sie mir in der Welt und nach weiter nach läuft natürlich zumal es wieder weiter zu sagen ich habe zu maus der Map raus Kettner Schilder haben wir noch ein später weil wenn ich genug sind und so das spiel ist das spiel ist scheiße der hatte ich nur aus der was du möchtest machen ja okay bis sie nach dem kopf als du wenn er treibt es auch verschieft wer hat als okay wir müssen an den vierten zu studieren okay ich mache nicht mehr machen müssen nicht so stark als aufzeuge sein zu werden ich hoffe ich habe es kein weg und dies jetzt ist sie und nun direkt die verkehren es verbraucht jetzt mal die dritten nur innen okay sie kann ein paar mehr kommen herzlichen schenke was ja ich habe nur zwei Jahre man hier war doch schon ein Loch hinterlegt ich war eigentlich nicht der Umgebung mit dem Scherden aber ich habe ja ich nicht nur ein bisschen bis sie kommt wir gehen ja auf jeden Fall ist sie ist sie es ist bei mir Ich bin Hilfssheriff Was heißt bei dir Ich bin genau hier Wo bist du Ja Ja Warum Hey nice jo Juli Oh Okay wer lebt denn noch Ach Ruben Was hatten die da Was ist denn das da Was ist denn das da Oh Ruben Ruben Mach ich mal kurz Wo 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 ich denn Ruben Was denn Wieso hast du meinen Hilfssheriff abgeschossen Ich dachte sie wäre trade Mann ich versuche ganz Zeit aufs Flugzeug zu kommen Nein Aber es geht nicht Ja Ey nice jo Ich rolle in die Freiheit Ich mach den Boden kaputt Mein Gott ich will wissen wie man da raufkommt Was in nice of a treasure okay Ich bin sicher dass man da raufkommt Ich hab mal den Opum und ich kann ja auch an diese Zeit nicht so singen Okay wer will noch mal jemand das Spiel hier machen Ja ich mag immer gerne das Spiel Ja ich Okay Okay Ruben Okay Ruben wir machen das okay Wir stellen uns jetzt gegenüber so Wenn man nicht traiter ist darf man nicht schießen Also nur der Traitor darf schießen und der andere muss einfach Das halt schnell Ruben schnell Ruben wir müssen wir bleiben stehen und ziehen und ziehen So und dann wenn man traiter ist schießt man Ich hab Angst vor ihm nein und er hat uns zugeschaut Wollen wir ihn töten? Okay ich bin Inno Komm wir töten ihn Ey ich bin Inno Dein Problem Ja war wirklich Inno Ja schade Malo Jetzt bin ich eh schon beim ähm random killen Äh nein Okay weiter random killen Ich töte jetzt alle Ich bin wieder Ich bin erinnert Wie ist das? ab ab und gerade das kommt von einem kleinen ich hatte die aber ich habe mir schon gedacht Juli war auch mit dem auch noch nicht wusste nicht mehr wie die Stimme von denjenigen ist ich habe gerade zu verkehrt ok das Spiel ist scheiße, lassen wir das die Map ist scheiße, lassen wir das ich bin ein Blumentopf, Juli nein ich meine das Spiel, wenn man fritisch Juli, Juli, ich baue man willst du TCC? ja TCC ist ein ganz böses Spiel das machen nur Leute, die verlaufen das geht gar nicht klar, die sind voll die hessischen Kämmern und stinken und rein und drücken also liebe Leute niemals und kauft euch niemals dieses Spiel du sollst dich nicht von dir du sollst dich von dir selbst reden also, ich finde nicht toll ich darf von mir das ok, Allah, nein na, wie geht's dir? wir machen dir bis zu dir ich bin, ich bin Sozialberater du bist nicht ein bisschen du bist nicht 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 hier ich habe keinen Hälfte jaja doch, ich hab' ein Short h h ich hab' dann ich bin nicht ich bin Detektiv Wiener weil Baum ach so okay und sie tun was ich mit der Wettbewerb fast gefasst werden mal ein bisschen ich glaube ich bin jetzt schon Detektiv ich dachte wenn ich will aber sie war immer weil es ist Juli oder oben Doch, bei mir lädt das einfach nicht. Wie macht man das Licht von den Dings, von der Waffe aus? Loll? Hä? Warum bist du blöd? Hä? Wollte ich mich verarschen? Anscheinend explodieren dich besser, doch. Ja. Ja, natürlich explodieren wir. Vielleicht war das hier ja ausgeschnitten oder so. Alter, das ist eine komplette Ölspür, das ist nicht irgendwo da hinten. Hä? Ein ISO confirm the death of Chabak LP. Hä, wieso das? Das war doch die gleiche von Ruben. Wenn hier die Explosion ist und ich einfach mal einen halben Kilo wieder weg bin. Ey, nicey, du bist tricker happy. Nein, ich hab nen Traitor getötet. Du bist aber trotzdem tricker happy. Wie viele Runden sind denn noch? Weißt du, wer dich getötet hat? Ach, wenn du auf ihn zählst. Äh, nein. Doch, die, du. Wollte sagen, es war sehr schön dich zu töten. Ah, danke scheiße. Alter! Jonas? Jonas? Ja, Jonas ist drauf. Ja, Jonas ist drauf. Weißt du, wie man ein 2-Trader? Hallo Issy, ich bin Detektiv, wenn ich top bin, ist Issy. Issy, komm her. Issy, Issy. Issy, du schmeißt seine Waffe hier. Da hin. Hey, nicey, ist immer noch tricker happy. Das ist jetzt nichts zu sagen. Issy, dreimal steuern. Doch. Nein. Juli, vertraue mir mal. Ich will einfach mit dir Liebe machen, weißt du, damit wir uns vereinen können, weißt du, Juli? Ja, okay, ich traue dir mal. Aber warte, 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 warte. Was wieso? Ich weiß nicht. Warte, wir können jetzt einfach warten, weil Jonas, Jonas ballert sehr. Alter! Hey, nice, Jo. Ich habe meine linke Maustasse getroffen. Warum tötet ihr mich? Ja, ja, ja. Warte. Juli, erlaub mir. Ich habe dich aber nicht erschossen. Okay, okay, okay. Was war unser Problem? Warte ich ja nicht. Ich bin's nicht. Gibt es zwei Traders? Gibt es zwei Traders? Äh, warte, wir sind, wir sind eins, zwei, drei. Ja, mir gibt es zwei. Es ist Jonas. Nein. Okay. Scheiße, ich weiß nicht. Aber ich Punkte bekommen habe. Okay. Wie viele leben eigentlich noch? Also zwei sind schon bis Juli. Ähm, vier. Ich bin es nicht. Warum soll ich sein? Sie hat ja deinen Namen irgendwie gesagt. Nee, Izzy war bei mir. Ich habe ihr ein Tötungsbefehl gegeben. Und entweder Ruben oder Izzy man Trader. Ich schaue jetzt gleich noch. Hm. Wer schießt denn? Wenn ich da sterbe ist, okay, jetzt kontrolliere mal den da. Die ersten. Okay, und dann der rechts um die Ecke. Okay, okay. Dann ist es schon mal ein Traitor rechts. Wer ist das hier? Das ist der. Okay, nein, der ist natürlich eh nur. Ich wusste irgendwie das ist die Traitor. Dann ist es Juli. Sie wollte mich immer so anbieten. Warum? Sie hat ihren Namen als gesagt, obwohl sie tot war. Ich wette es. Okay, ich vertraue es einem euch. Alle drei stehen bleiben. Auf drei stehen bleiben. Los, los. Juli würde mir nie vertrauen. Und vorhin hat er gesagt, er vertraut mir. Nein, oder? Ihr werdet beide getötet. Beide stehen bleiben. Okay, Juli. Alter, das. Ey, nein, das meine ich. Ich wusste es. Doch, Juli. Ja, aber warum? Boah, der sagt stehen bleiben, Mann. Ja, weil Izzy deinen Namen gesagt hat im Ding. Was soll das Izzy? Ich habe den Namen gar nicht gesagt. Natürlich, das habe ich selber gehört. Und dann dachte ich mir, hä, das muss ja. Ja, na klar. Ich wusste es nicht selbst. Und Juli, du würdest mir niemals vertrauen, deswegen war es schon offensichtlich. Leute, ich habe echt was für einen Bug, weil ich jemandem zwei mal einen Headshot mit einer Shotgun gegeben habe. Hat ja mit Java gang gehört. Währende mir oder was? Ja. Ja, ich dachte... Du sagst die ganze... Du flüchtest die ganze Zeit meinen Namen. Ich dachte die ganze Zeit, dass du Traitor bist, weil immer wenn ich gesagt habe, bück dich oder so. Ja, hört sich mal bück dich oder so. Hast du immer versucht, mich immer wieder anzuwissieren? Immer wieder? Ja, hatte ich auch versucht. Du war ja auch Traitor. Ich wollte ja schon... Okay, hallo. Hallo, du. Ey, nice, jo. Vertraust du mir diesmal? Hallo, du. Du warst ja eben Traitor, nicht ich. Ey, nice, jo. Vertraust du mir? Ich bin Eno. Ich vertraue dir nicht. Was machst du? Wieso nicht du, weil du Traitor bist, ne? Wieso soll ich schon wieder Traitor sein? Ja, kann ja sein. Du hast doch schon mal gesagt, du warst viermal hintereinander Traitor. Ja, da waren wir zu dritt auf Nummer. Egal, egal. Sag mal, sag mal, bist du Traitor? Ich kann dich jetzt mit einem Schuss töten. Hey, nice, jo. Also warum soll ich ein Traitor sein, weil ich gerade einen Traitor umgebracht habe? Das war ja auch schwer. Ich glaub dir nicht. Wo bist du? Der ist weg! Der ist weg! Der hier ist er. Er haut ab! Er haut ab von mir! Ich hau nicht ab! Da bin doch! Ich will nur nicht, dass du mich tötest. Ja, Leute, warte, was ging? Da kommt Eci, Eci. Es ist Eci. Es ist Eci, auf jeden Fall! Okay. Ich bin der Traitor. Ich bin der Traitor. Stimmt, ich bin der Traitor. Alter. Oh mein Gott. Ich bin der Traitor-Kollegen. Meins? Aha. Okay, dann los, auf ihn drauf. Bei allem, weil es geht, war schon ein Traitor vor. Er weitest ja jetzt sowieso, also können wir auch auf ihn drauf gehen. Wo ist er denn jetzt? Weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht. Ich glaub, hier runter? Nein. Alter! Ah, hinter uns! Wer schießt da? Oh Gott! Ja, er, 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 er. Was ist das? Fick dich, Alter. Ich war noch nicht mal Traitor. Oh. Alter. Izzy, du hast mit dem Traitor gearbeitet. Hä, wie hast du eigentlich überlebt, ähm, hier, Ruben? Ich hab dir zweimal ein Handy gegeben. Ja. Gags nicht. Ja, hoffentlich. Ich hab dich mit einer 60 schneller aufgebracht, als du mich mit der... 2 Schüsse in den Shade und du hast bei mir bloß in den Körper geschossen, oder? Jonas, deine Waffe ist leer. Keiße. Richtig komisch. Aber Jonas hat mich unterlegt. Ich, äh, Juli, den Server, ich mag nicht mehr. Ja, ich finde die Mensch scheiße. Die Microsoft-Kampen sollten wir wieder spielen. Gehen wir doch irgendein, ähm... B5. Die war grad schon gespielt. Die ist toll. Darf ich jetzt in da... Ey, der Tech-Tiff, ich hab gleich mal ne Frage, egal wer... Komm mal rein, komm mal rein. Darf ich in einen von euch... Nein, darfst du nicht. Komm, 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 komm. Komm, wenn einer Traitor töten wir uns gegenseitig, wir dürfen nicht sagen, okay? Da spüren wir uns immer noch scheiße. Und... Ich bin Trater! Okay, das war... Hab ich das schon mit den Launen ausge... Ne. Thomas, alles klar. Oh, wer kommt hier hoch? Isi? 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 Alter! Alter, was machst du? Ich bin es, ich bin es. Huben, Huben. Wer ist das? Juli? Alter, Alter! Isi! Alter wär ich da oben, ey nice jo! Ey nice jo! Warte, ich konfirm, ich konfirm. Thomas, Thomas, Thomas! Ich sterbe endlich! Thomas! So, mach... Wieso sterben die immer? Was ist denn los, ey? Team Roomie, der ist cool. Dann... Ah, der ist ja dies geil. Dann würde ich jetzt diesmal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und... Ja, bis dahin. Tschüss! Ciao! Tschüss! Tschüss!